Ich auch der Schuldige. Ja, aber... Machen wir mal ehrlich. Okay, sind wir echt mal ehrlich. Fotze. Lufja, Lufja. Klöppel, Klöppel, Klöppel. Ja, das ist halt leider jetzt ein bisschen öde, aber das geht halt dazu, ne? Farben gerade leider dazu. Ja, nicht so öde wie in Minecraft zum Beispiel. Ja, richtig. Ja, schon ähnlich wie es... Ne, Minecraft, da gibt's ja wirklich nur billige Monster. Das ist viel langweiliger. Und hier gibt's ja wenigstens noch interessante Monster, die einen ein bisschen ärgern. Und so die Fähigkeit... Üppel, Mann, üppel. Ja, üppelst die krassen... Was braucht man dafür, für dieses Megaschwert? Krankerscheiße. Was wollen wir überhaupt, von was so ein Megaschwert lebt ihr denn? Ach, das hast du an die Hand da. Ich muss sagen, es ist hier auch ein bisschen lauter machen, ich verstehe die Hälfte nicht. Schrecklich. Oh, wer baut hier denn? Zu, Kollegen. Äh, Andi, machst du ein bisschen das Viechgeburt? Getting mad now. Hey Leute, wisst ihr, was heute für ein Tag ist? Äh, Aufnehmen-Tag? Valentine's Day. Ja, auch. Ich kenne mal, der Geburtstag hat heute. Ich auch. Ja. Echt? So, aber jetzt pass auf. Heute ist ja Mittwoch, ne? Wisst ihr, was am Freitag ist? Freitag? Nein, 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 da kommt meine Playstack. Nein, da kommt sie nicht. Kommt da. Und lange spielst du denn, was für ein Spiel damit? Äh, Fifa und, äh, Call of Duty hab ich auch schon. Äh. Was heißt jetzt Call of Duty? Okay. Oh. Sorry. Dein Bruder hat sich schon angemeldet für das ganze Wochenende. Sehr gut. Alter, weiß, wie man's machen muss. Ja, klar. Ich hab gemeint, Flo, ich wohne jetzt bei dir. Hab ich gesagt, okay. Bringst du aber bitte was zum Wechseln mit, gell? Nicht, dass es dann wieder... Nicht so wie beim letzten Mal wieder, oh, oh. Das weiß ich noch, oh. Ne, weiß ich nicht. Ja, ähm. Waschen ist... Waschen ist nicht so gut. Waschen ist nicht so gut, Leute? Höllenstein. Asche. Oh. Jakob. Was, hast du? Hast du es gefunden, oder? Was? Hast du auch so eins jetzt, oder was? Hast du eins mit dem Buff auch noch bekommen? Das ist da. Meins macht noch 10% Speed. Ah ja, dann ist ja gut. Warum finden die Noobs immer die besten Sachen? Weil sie sie brauchen, um zu überleben. Weil die Noobs sie brauchen. Weil wir sie auch noch spielen können. So schwer, damit es zählt. Achso, sorry. Warum unbedingt mehr Mana? Du hast mal Andreas gespielt, Jakob. Was hab ich? San Andreas gespielt. Aua, ein Wurm. GTA San Andreas. San Andreas hast du mal gespielt. Ja. Ja, ja, hab ich gespielt. Shit schlecht, oder? Shit schlecht, oder? San Andreas, äh, find ich das beste GTA. Meiner Meinung nach. Echt? Das neueste war's beste. Ja, das neueste, das hab ich ja nicht, weißt du? Ja, oder, naja, das ist mit Nikolai auch nicht schlecht. Na, das fand ich scheiße. Da fand ich den Typen einfach sympathisch irgendwie. Ich weiß nicht, ich kann mich mit dem besser getifizieren, als mit diesen Gangster-Typen, weißt du, so. Ja, diesmal sind's ja nicht so. Das war der sympathische Osteuropäer, ich fand den cool. Sympathische Osteuropäer? Ich weiß schon gar nicht mehr, wer bei San Andreas der Hauptcharakter ist. Ich fand's halt einfach von der Spielmechanik her, fand ich's halt einfach sehr nett. Also halt. Ja, und es hat auch sehr viel Natur raus. CJ hieß er, CJ. Die Kartisch-Groß. Und, äh, nee, Natur nicht, nee, nee. Ja, weil meine Playstation 3 wieder da ist, kann ich das auch mal wieder. Natürlich, oder? Was, was? Ja, doch, doch, GTA Natur. San Andreas ist doch die gleiche Stadt wie bei, wie im Fünfer. Ja, ja, so ähnlich halt, ja. Verrotzt aber, ja. Ja, okay. Also, viel Natur. Ja. Ja, da war. Du warst doch bei mir, oder? Mal, hast doch viel angespielt, oder? Oh je, da klopft's schon wie bei jemandem in der WG. Naja, Moment. Nee, der Tobi war doch schon bei mir, und hat's mal angespielt, wenn ich mich recht halt entsinne. Abends, spät um sechs. Nackt. Ja, wie viel Hellstorm brauchen wir denn? Also, es ist nur Steine, nicht Quicks. Also, Barren meinst du? Ja. Nein, nein, Steine. Keine Barren. Das was wir jetzt anzunehmen. Ich glaube, das ist mal drei, oder? Nee, vier. Wir sind zu viert. Mal vier? Und es wird auch aus vier hergestellt. Ja, ich meine, es ist Erz aus vier, okay. Oh, fuck. Also, ich brauche nur noch Schuhe ohne Spitzhacke, dann bin ich komplett ausgerüstet damit. Was? Dann bist du schon komplett ausgerüstet? Ja. Dein Ernst? Mhm. Hä? Wann hast du das bitte jetzt schon alles gefahren? Ja, ich hab's denn das gemacht. Am letzten Mal und heute. Große an heute. Ich hab erst 115 von diesem Ding. Ich hab jetzt auch wieder 55 und noch vier Barren im Eventär. Und wer fährt mal Obsidian? Das müssen wir auch noch fahren, ne? Das mach ich dann, wenn ich soweit bin. Das war der Plan. Danke für dieses Dächlein. Ja bitte, ich wusste nicht, ob du jetzt angeklicken werden willst oder nicht. Das ist gut, doch. Ich hätte jetzt noch WoW spielen müssen, aber das geht jetzt natürlich. Manchmal kann ich auf allen Seiten... Du hast WoW? Was? Nein, das ist halt das hier das Privatserver und so. Und dann das Classic WoW. Also ohne Erweiterung. Ich spiele hier mal mit, wo er zusammen gerade. Okay. Ah! Mit dem, der leckeres Essen auch macht. Ey, Flo, das hast du auch dieses... Mit dem ganz großen, was du den kennst. Ja, 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 klar. Oh, fuck, fuck. Ich drück, ich drück einfach mal H. Okay, ich geh weg. Ich mach dir Viecher tot, ich mach dir Viecher tot, ja. Profäun. Ich hab so einen Feuerstein gefunden, da krieg ich jetzt den Feuerschaden. Also ich mach Feuerschaden. Sag es mal so. Ja, den hab ich auch, aber der ist so toll. Ich fände es übrigens voll knorkel, wenn wir öfter wieder Adventure-Mass spielen könnten. Die letzte war echt richtig cool. Bei Wien, die Kraft. Ich hab ja mal wieder echt voll Gumbo-Bock drauf. Ich weiß nicht, wie war Terraria und der redet plötzlich von Minecraft. Ja, ich mein' ich... Es gibt auch Terraria-Adventure-Maps, gibt's auch. Wie dumm der Viech, der ist so gerade gestorben. Aua, ich kann mich da durch angreifen wie dreckig. Hätte ich sein können, ne? Aua, ich hör doch mal auf. Eingehörig. Das macht das Schwarzschaden, Andi? Ähm, 39. What the fuck? Okay. Okay. Was? 39? Das ist doppelt so viel wie mein Laserschwärm. Ja, richtig. Mehr sogar. Ja, dann, äh, würde ich mal sagen, müssen wir gleich mal Obsidian fahren und sonst auch wieder so ein geiles Teil machen. Ich hab' ein geiles Teil. Ach, man braucht dafür kein, ähm... Doch, man braucht Hellstone, aber um aus den Hellstone Barren zu machen, brauchst du Obsidian. Das ist eben der Trick an der ganzen Sache. Wie sieht ein Obsidian aus als Block? Das, ähm, musst du Wasser auf Lava leiten. Ach, das ist ja, stimmt. Ja, genau. Wie, wie über ich mich nachher, wenn ich, wenn ich alles hab' hier. Dann könnt ihr hier unten weiter farmen und ich mach das andere. Ich hau' mal den Dämon da. Tür auf, Tür zu, Tür auf. Ich muss blaue Kringel machen, Mama. Ja, kann ich auch machen und der Flo auch. Hihi. Wirklich ergiebig wird das hier und nicht, Tobi. Oh, du gemeiner Bursche da hinten, von hinten. Nein, Flo? Ich hab's mir echt verknüpft. Ja gut, ich hab's gemerkt, ich hab den Spanien gespürt für euch. Was, äh, ihr wolltet schon wieder einen blöden Kommentar ablassen, ja? Ja, von wegen, so wie du's magst oder so. Ja, richtig. Ich hab's auch erwartet, aber irgendwie kam nichts. Naja, ich weiß. Ich hab da inzwischen den ganzen Rasional, also. Bruder, Studio macht dich schlecht. Wir sind ja seriöser geworden. Was? Wir sind seriöser geworden. Ja. Wir haben jetzt so'n Ding oben, so'n, so'n, in so'n Channel. So'n, so'n, so'n Ding, so'n, so'n Ding, weißt schon. Du hast auch'n Ding. So'ne Community, weißt schon. Achso, ja, haben wir das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja. Haben wir noch gar nicht gesagt? Ja, nein. Nee, 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 haben wir noch gar nicht gesagt. Ja, dann, äh, zähl mal weiter. Was, was, was haben wir? Ich weiß grad schon wieder nicht, wie's Eis. Zock, die, da sind wir zu unserem Netzwerk drin mit ein paar anderen Letztplayern. Schaut auch mal vorbei, ähm, sehr witzige Leute mit dabei. Ja, auf jeden Fall angucken. Ist alles bei uns verlinkt auf dem Kanal, also schaut's euch echt einfach mal an. Wir zahlen dafür auch 30 Euro in der Woche, also das ist nicht ganz billig. Pro Tag, Alter, pro Tag. Ah, echt? Wir müssen da ein Schleichwerbung machen für Tempo-Taschentücher. Ja, also Leute, die Nase hochziehen, Taschentücher kaufen. Aber Nase hochziehen ist gesünder. Ja, das hat mir mein Arzt auch gesagt, weil ich mir mal Nase-Tücher hatte ich früher. Dann ist es gut, dass ich das weiß, nachdem Lava mir vorbeigeschlossen ist. Mach doch mal zu. Da kommt Lava runter, okay. Nicht, dass ich zwei Sekunden vorher noch da unten war oder so, ne? Flo, weißt du, was mir gerade kommt? Ähm, kann ich ihr eigentlich zumachen? Ja, oder? Ich will's auch nicht wissen. Ne, man kann vielleicht die, diese Schuhe kann man vielleicht mit den Cloud in the Bottle verbinden. Ja, das müsste gehen. Bei diesem Tinker-Wass-Ding da. Ja, ich muss den nachher erstmal konsultieren, weil ich muss ja noch das andere Ding zusammenbauen. Hab ich gerade im Ernst konsultieren gesagt. Ja, hast du. Ähm, ich muss auch noch was zusammenbauen. Was musst du noch zusammenbauen? Ähm, ich hab doch diese zwei, ähm, diese Spike-Climbing-Claws und die Ankle-Shoe-Spikes, die kann ich doch zu einem Item zusammenbauen. Hast du die in deinem Inventar? Ich sehe, Senior. Weil ich hab, glaub, aus den anderen Kisten auch schon einen Teil noch rausgenommen. Ja, ich geh jetzt einfach mal wieder back und dann farme ich euch Obsidian. Nein, ich hab die ja dabei. Okay, nice. Wischend, Schatz. Muss ich auch machen. Was du farbst Obsidian, das ist ja, äh, sehr nice. Ja, sollen wir dann eigentlich jetzt auch mal, ähm, wohl, so als Abwechslung, als Abwechslung zum Farmen mal den Skelettor machen? Oder, äh, nicht so. Diesen, diesen, äh, Oberbürgermeister. Wißt du, wen ich meine? Also, klingt witzig. Nicht nicht, aber klingt gut. Ganz aber wahr. Ach, du meinst den Typ, der sich verwandelt. Ja, genau, der. Ja, ich bin da dabei, auf jeden Fall. Wo müssen wir dazu hin? Dann machen wir mal jedem noch so ein, äh, zumindest mal... Ich hab keinen Obsidian. Jetzt werd ich das sofort machen, aber ich geh gleich farmen. Ja, eben wolltest du auch machen gehen. Der Typ da unten fühlt sich voll ignoriert von mir, glaub ich. Geht's auch voll cool aus mit der Rüstung. Das ist die komplette Rüstung jetzt fertig. Ei. Und Bogen auch schon. Ich hab noch vier Barren übrig. Nee, das ist noch nicht. Vier Barren übrig und noch 53 Hellstone. Weil Bogen wäre vielleicht nicht schlecht für den Skelettentyp. Wobei, der ist auch so billig, den kriegen wir mit locker hin. Oh, oh. Hä, ich bin unter der Co-Option? Da war grad ein Co-Option-Viech hier unten. Ja, ja, sind wir. Mega den geilen Bereich zum Hellstone fahren. 200. 200. Jetzt haben wir immer noch nicht geklärt, wie viel jeder braucht. Weißt du, wieso kann der Wurm durch die Lava durchschwimmen? Das ist doch einfach nicht der Le cinch. Das ist ein Lava-Wurm, man. Lava-Wurm. Lava-Wa-Würfen, man. ich habe mein gold du hast es nur irgendjemand hat mein gold geklaut dafür werde ich noch üble rache üben werde ich allen den gar ausmachen wirklich ein schönes wort gar ausmachen ist eigentlich ein schönes wort man hat mir das noch mal man hat mir das ich finde ich finde ab usus finde ich auch dass du eben selber ja hatte ich im silberletzplay ja genau schauen neuer hatte ich im silberletzplay auch so den gar ausmachen das ist echt eigentlich eine nette umschreibung das ist safe das ist ja ja richtig das ist halt leider nicht mehr usus das zu sagen halt einfach nicht babo was war das andere worte gab es noch eins das war irgendwie schon zwei in der zeitung habe ich habe ich das gelesen ach jetzt du redest wieder von von jugendwort von babo ja die wirmer die sind echt nicht nur was nicht nur ist ja schon wieder auto das ist hammer mäßig in johle ist inzwischen jölbe kinders jölbe die only live bis eltern abend habe ich dieses wochenende gelernt hast du erfunden nein das ist nicht von mir ich fand es sehr schön von schülern habe ich das wie weit muss es denn noch kommen mit der jugend das sind diese ganzen das sind diese ganzen spiele immer dieses gezucke abend da unten musst du nicht mehr runtergehen so was ja Tobi du musst doch nicht mehr runtergehen machst du das dann noch hier zu das loch hinter dir oder eher nicht so ja mach ich ja nicht so ich will ja ich mache ja ich mache ja die frage ist ob wir überhaupt noch hier rüber müssen ja bis zum nächsten gehen wir noch ok ja ok ich mache hier aber auch ein bisschen licht damit du dich mal anschauen kannst wie schön du aussiehst was habt ihr eigentlich alle für eine fette Rüstung ich habe glaube drei Rüstungsdinger übersprungen oder so weil irgendwie ich habe äh wie heißt das Ancient Shadow Helm ich habe nämlich Copper glaube ich was habe ich denn für eine Rüstung Tanks hast du ja nicht Copper du doll ich habe Tanks what the fuck was ich bin gerade ich habe Obsidian abgebaut bin durchgefallen in der Lava gelandet über mir ist der Obsidian wieder gesporn und ich kam nicht mehr raus oh das ist natürlich äh ne ich habe mich raus geportet aber fand ich nicht so geil aber das ist auf jeden Fall witzig ich habe jetzt schon ganze zwei Obsidian wieder gefarmt voll gut oder? zwei Stück zwei ich übertreibe es aber ey ja dann bin ich gestorben Tobi lass dir mal ein bisschen Lava runter für dich ok? ja ich muss noch kurz meinen Joghurt essen Gott sei Dank Gott sei Dank